So, willkommen zurück und nachdem wir uns nun letztes Mal die erste moderne Schachpartie angesehen haben, werden wir jetzt einen Blick auf das erste internationale Schachturnier werfen. Und dieses hatte zwei Hauptakteure, dies sind einmal Kutri, der hatte sogar einen viel, 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 viel längeren Namen und auf der anderen Seite der Spanier Ruy Lopez. Dazu kamen noch zwei andere Teilnehmer, die ich jetzt hier so nicht erwähnen möchte, die kann man nachlesen und es gab noch einen Berater von den zwei Italienern, die Teilnehmer haben und der hieß Polerio, zu dem gibt es noch einmal ein gesondertes Video. So, und zu den zwei Hauptakteuren, die ich eben gerade erwähnt habe, da gibt es eine kleine Vorgeschichte, denn die haben sich schon mal 1560, also das Turnier fand 1575 am Hof des Königs von Spanien, Philipp II. in Madrid statt. Und diese beiden, Ruy Lopez und Kutri, die trafen sich schon mal 1560 in Rom und dort spielte Mr. Lopez mit Weiß und Kutri in der anderen Ecke mit Schwarz. So, und Ruy Lopez begann mit E4 und natürlich, wie üblich, Kutri antwortet mit E5 und die Partie entwickelt sich bis hierhin normal, aber dann für die Zeit wahrscheinlich normal, aber hier spielt Kutri F6 und läuft direkt in eine kleine Falle von Ruy Lopez, denn der nimmt hier frecherweise auf E5 den Bauern weg und, na, Kutri schlägt natürlich wieder. Die Dame sagt auf H5 Schach und König auf E7 wäre wahrscheinlich jetzt schlecht gewesen, denn nach Dame schlägt E5 und König F7 folgt Läufer C4 mit Schach und dann wird es doch schon relativ schwer für Schwarz sich da nochmal rauszuwinden. So, demzufolge spielt Kutri hier G6, die Dame schlägt auf E5, die Dame muss dazwischen setzen, na gut, musste nicht, hätte auch den Springer oder den Läufer dazwischen setzen, er hat sich hierfür entschieden. Ruy Lopez setzt auf H8 Schach, äh Schach, den Turm weg, oder schlägt weg, je nach Blieben. Hier hätte Schwarz auch mit E4 erstmal Schach sagen können und dann den Springer schützen, wollte er nicht, er spielt S-Springer auf F6. Und Ruy Lopez denkt auch nicht komischerweise daran, den Bauern auf E4 zu denken. Hm, soll mich nicht weiter stören, ich möchte das ja auch nur betrachten, nicht analysieren. Und hier geht es mit den Zügen König, F7, Läufer C4 Schach und nach D5, Springer schlägt D5, äh Springer, Mann, was habe ich denn heute? Läufer schlägt D5 und Springer schlägt D5. Gewinnt er zwar eine leichte Figur, in der Folge verliert er aber trotzdem die Partie. Gut, dann baue ich nochmal schnell auf und wir sehen uns dann im Turnier in Spanien 1575. So, und da sind wir schon 15 Jahre später am Hof des Königs von Spanien, Philipp II., wie schon erwähnt. Und hier spielt Ruy Lopez wieder mit Weiß und Kudri mit Schwarz. Also Kudri hat sich nach dem Verlust oder der Niederlage vor 15 Jahren verdammt geärgert und hat sich doch stark verbessert. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das in der ersten Partie dieses Turniers auch irgendwas gebracht hat. Also hier spielen die beiden einen Königskrambit und Weiß, Mr. Lopez beginnt mit E4, Schwarz antwortet mit E5 und es folgt natürlich F4. Nach D6 und Läufer C4 folgt C6 von Kudri. Hm, wahrscheinlich nicht so mein Ding. Vielleicht auch richtig, ich kenne die Theorie dann nicht so gut. Ich hätte wahrscheinlich mit einer Leichtfigur weiterentwickelt, was Weiß hier auch meines Erachtens richtig weitermacht. Nach Läufer G4 kommt es zu einer weiteren kleinen Falle von Weiß. Mr. Lopez spielt F schlägt E5, D schlägt E5 und hier nimmt der Läufer auf F7 den Bauern weg und sagt Tschach. Und der König sagt Huch und nimmt den Läufer einfach weg. Aber nach Springer schlägt E5, König E8. Damit schlägt G4, hat Weiß doch schon zwei Bauern Vorteile. Hier spielt Schwarz jetzt einfach normal weiter, hat er nicht mehr so viel zu verlieren. Springer F6, König, König E6, nein, Dame, die Dame zieht auf E6, der Weiße König kommt da einfach noch nicht hin. Das dauert noch einen Moment. Nach Dame E7, Dame C8, Dame D8 und der Tausch der beiden Damen folgt das alles Entscheidende. Springer, Schach auf E7 und der Turm ist weg. Und hier gibt Kudry auf. Das war also kein guter Start ins Turnier. Und deswegen schauen wir uns gleich das Rückspiel gegen Mr. Lopez an. Einen Moment, ich baue nur wieder zurecht. Das ging schnell, nicht wahr? Und hier spielt jetzt Dacutri oder Kudry oder sein ganzer Name Giovanni Leonardo Di Bona. Dacutri gegen Rui Lopez in De Sigura mit Schwarz. Und auch er beginnt mit E4. E5 folgt. Und die beiden verfallen in einen kleinen Filidor. Und hier spielt Rui Lopez, ironischerweise sogar, dass Lopez gegen Gamit mit E5. Nach D3 läuft er E7, zieht die Dame auf E2. Und hier kommt wieder der Bauernzug auf C6. Wahrscheinlich, um den Bauern auf D5 vorzubereiten. Auch hier kenne ich die Theorie nicht so gut. Das sind einfach nicht meine Varianten mit Bauer E4 im ersten Zug. Ich spiele da lieber D4. Aber das an einer anderen Stelle vielleicht irgendwann mal später. Gut, hier kommt es zu H3. Ich denke, der war noch nicht nötig. Kleiner Tempoverlust. Ich hätte vielleicht erst den Springer oder den Läufer entwickelt. Hm, Geschmackssache. Ach ja, außerdem muss man ja wählen, 1575 kannten die Irochade. Auch noch nicht, zumindest wurde die in diesem Turnier nicht angewendet. So nach F4, G3, F schlägt G3 und F schlägt G3. Sieht man es auch, die Königsflügel sind sehr offen. Den Schutz der Könige war zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Augenmerk verliehen worden. Sein Tun. Und die Partie entwickelt sich für diese damaligen Verhältnisse weiter normal. Springer C3, Springer F6 und hier folgt B4. Und im späteren Verlauf gewinnt dann Weiss Kudris Sieg. So, damit hatte dann Kudri seine zwei Niederlagen, die eine habe ich nicht gezeigt, aus den ersten zwei Runden wieder gut gemacht. Und gewann mit der Partie und zwei weiteren das Turnier. Denn in einem Stichkampf gegen einen weiteren Italiener, der zu Besuch war. Und damit war er der erste Champion Turniersieger des ersten internationalen Schachtturniers. Gut, ich habe mir die Partie jetzt nicht weiter angeguckt. Ich würde hier denken, also ich persönlich hätte mal eine Rochade gespielt oder erst mal die Bauern auf H3 gedeckt. Und damit ich die Rochade später spielen könnte, wer eine bessere Idee hat oder wer sieht, wie man hier weiterspielen könnte, vielleicht mit Springer auf G5 und auf Läufer F7 mal drohen. Vielleicht klappt ja da irgendwas. Wer eine Idee hat, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal in Part 3 müsste es denn sein. Ja, bis 3 kann ich noch zählen. Und bis dann.